ja und damit zeige ich wieder hallo und ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge pga tour 2k 21 und ihr seht schon die befürchtung war richtig wenn wir die qualifikation geschafft haben schmeißt uns direkt in die profi runde und wir starten mit dem golf club open und ihr seht schon es gibt jede menge termine hier und wir werden jetzt jeweils über vier runden gehen wie sich das für ein vernünftiges großes turnier gehört wir haben jetzt auch einen sponsor das ist der golf club der wurde uns automatisch gestellt stand aber schon dabei dass man dann in zukunft entsprechend wählen können da muss man dann auch entsprechend verschiedene vorgaben erfüllen was uns dann wieder extra punkte bringt und so weiter und so fort wir können dann natürlich auch entsprechend sachen freischalten ich habe jetzt auch den golf ein bisschen angepasst nachdem wir ein sponsor jetzt der golf club haben sollten wir ein paar sachen von unserem sponsor tragen deswegen wird er jetzt auch ein bisschen anders aussehen werdet ihr vielleicht auch beim dampf schon festgestellt haben und ja ich würde sagen wir starten dann einfach mal rein in runde 1 von golf club open �au und willkommen zu unserer pga tour coverage hier auf 2k sports we're at the tgc open today's Das ist die erste T-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T. Das ist die erste T-T-A-T-A-T-A-T. Ja, ich war so frei und habe schon mal den ersten Schlag gelegt, nachdem unsere beiden Herren hier mit sich selber beschäftigt waren. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier halbwegs safe aufs Grün kommen. Keine Ahnung, wie das mit unserem ersten Profi-Turnier laufen wird, wie viel stärker die Leute hier sind. Ich werde einfach versuchen, das halbwegs entspannt runterzuspielen. Und mir nicht die dicken Schnitzer zu erlauben. Vielleicht schafft man es sogar mit dem Birdie einzusteigen. Allerdings wahrscheinlich nicht so. Und da sie geht, von außerhalb der range. Und immer ein guter Gefühl zu haben, early in der round. Currently 1-under für die round. Ich kann nicht ever recallen, making es Birdie und feeling bad about es. So, yes, Birdie auf der 1st. Great job. Hier wir auf der 2nd tee. Nice Birdie in the last hole, for a change. First one of the day. They needed it desperately. Now, next hole, looking for more. So, dann schauen wir mal, Loch 2 ähnlich laufen wird. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Blick hier. This shot from around 210 Yards. Pretty good win. Back into the player's face. Ich bin zwar immer leicht am schwitzen, aber bis jetzt kommt gut noch alles ungefähr da, wo ich will. Looking for a second in a row here. John, what's going on out there? Down here on the third hole, guys. This is Bryson DeChambeau's next shot. Oh, this looks pure. And you hold it. What a monster. And as klar as you can notice. Okay, let's get back to the action. Was wir sehen wollten. Wir haben maximal die halbe Distanz. Das sollte man nur einkriegen. Der bricht aber ziemlich weg. Legt mich am Arsch. Dann hoffen wir noch, dass wir zumindest das Paar hinkriegen. Los geht's. Und jetzt kommen wir schon. Das ist die halbe. Das macht euch nicht. Das ist in der Halbe ich. Das ist die halbe. Das ist in der Halbe. so dann schauen wir mal ob wir das ein bisschen besser hinkriegen wie der kollege vorhin wir haben hier auf jeden fall ordentlich seitenwind und gleichzeitig rückenwind das geht leider gar nicht rechts sondern direkt gerade nach hinten jetzt weiß ich ja warum man das so leicht hingekriegt hat geht ja fast geradeaus oh der war zu fest der war zu fest just nine feet remaining to the hole so eine great line Oh, zumal ist Paar ist kein Problem. Schauen wir mal, ob wir hier vielleicht einmal wieder BDLs packen können. Und jetzt kommen wir zum 7., wo das ein Moment gab, Matt Kuchar mit einem fantastischen Schuss. Ich muss sagen, sein Short-Games ist einer der besten in dem Spiel. Ein wunderbarer Effort. Ich muss jetzt leider riskieren, da auf den Dings aufzusetzen. Aber ich möchte mir eine BD-Chance wahren. Wir wollen ja schließlich auch mal bei den Wiederholungen auftauchen. So, wir haben hier ordentlich Gegenwind. Also heißt's, Fohle kann ich raushalten. Das scheint nämlich auch ziemlich lang zu sein für ein Paar 4. Und wir haben weiter Gegenwind. Das heißt, wir müssen alles tun, dass wir dahinter kommen. Das reicht leider nicht. Aber vielleicht können wir es mit einem schönen Chip retten. Das ist ein paar, was wir jetzt machen. Das ist ein paar. Halleluja, der war dringend. Der hat diesen Punkt, um seinen Paar zu retten. Aber Paar sollte machbar sein. Das ist der schon mal dringend. Und wir stehen auch gar nicht so schlecht da mit unseren zwei unter. Aber Paar 5 und Paar 3, das sind halt die Dinger, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und da sollten wir jetzt schon das nur abliefern. So, das ist back-to-back birdies. Back-to-back birdies. Back-to-back birdies. Moving in the right direction there, Luke. Now, finishing. There's a lot to like about Halston Thomas, isn't there? He's short in stature and not a big build, but a really pound-for-pound great player. He's learned a lot on how to play the game over the first few years on tour. He always tried to hit it as hard as he could. Now he's developed another game within a game. He's starting to hit these shorter shots with lots of feel, lots of touch. Right now, Justin Thomas is one of the most complete players in the game. He's also got a wonderful attitude out there. He takes the good with the bad, but when he's in contention, it just seems to bring out the best in him, doesn't it? He's got a killer instinct about him. And when he gets around the lead, he doesn't let it go easily. He sticks around, he may not win all the time, but I tell you, he's gonna make you earn that victory if he doesn't get there first. This one's for birdie. I'm going to focus on my game, so long as our fellow commentators deal with my contrahents. Oh, what a shame. That would have been a nice win. And that should secure the par. Well done. And after that effort, let's take a look at how it stands. Our leader is a couple of shots up at this stage. Let's go back to the front nine. Here we are at the seventh hole. And after a part of the last chance to maybe take a step in the right direction here. Oh, I could watch that swing all day. That's beautiful. And there are highlights out there on the golf course. Let's take a look at this incredible shot. Our player currently in second making a really great shot. Kucha almost holds it. Anything in five feet to be handy from here. Aha. Der bricht wie Sau. Oh, komm schon. It's always good to cosy it up to the hole in a long putt, isn't it? A tie for fourth place if you can hold this putt. Easy par that. Patrick Cantlay is at the top of the leaderboard with a one stroke lead. This hole is a par four and it's a pretty lengthy one at that. Lovely rhythm there, Rich. That's gonna work every time. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Let's have a look at Bryson DeChambeau from earlier. He's a sharpshooter from short range, isn't he? Well, that's high quality. I'm sure they're aiming for it, but for it to go in, that's awesome. Mhm, mhm. Aber der gute Mann hat auch schon am Bougie drüben. He seems to have chosen the three wood. Ohhhh. Da wird das Grün schneller mal zu kurz. Ah, das war nicht so schön. Das war nicht ganz so schön. Aber wir sind ja eigentlich ganz gut im Chippen. Wir sollten den zumindest entschlägt es dann zum. Dort, wir sind ja schon ganz gut im Lachsendroger. Und alle noch mal zu hier, aber noch mal zu, dann mal zu. Also das Erzählsträger. Hier ist noch mal zu. Das ist noch nicht so. Das ist ein paar Kocher. Und dann wird auch ein paar Paar 5, dass man nicht dieses Spiel kann, das wäre auch mein gedanke die frage ist wie lang das loch ist 548 alles klar wir müssen auf jeden fall rechts anhalten aber ich bin mir nicht ganz sicher ob wir über den tümpel kommen das ist nämlich auch mein dings gewesen hier lieber auf nummer sicher zu gehen läuft leider ein bisschen zu weit und wir sollten auf jeden fall schauen dass wir jetzt hier irgendwie aufs grün kommen sieht doch gar nicht so schlecht aus vielleicht jetzt noch ein birdie aber es gibt natürlich leichteres sehr gut jetzt sind wir noch der ersten hälfte bei drei unter und teilen uns den platz 3 ich glaube damit kann man leben ich weiß ich habe überhaupt nicht auf den wind geschaut dann schauen wir mal wo der zum liegen kommt in der hügellandschaft ich habe jetzt relativ weit hinten das war zu schwach Ich liebe es, den Worten zu schocken, Luke, aber das ist genau das, was da passiert. A flat-out-chocken. Den Handmann selber, kledert. Der kommt schön rein und hoffentlich nicht direkt ins Tal, sondern hier oben auf die Kuppe. Der ist auf jeden Fall neu dran. Das bringt uns wieder einen Schritt nach vorne. Wir bleiben jetzt hier mal ganz entspannt. Und hoffen das Beste. Das ist für Back-to-Back-Birdies. Das war ein Gallant-Attempt. So weit nach rechts verzogen, dass er nicht mehr reingeht. Gut gemacht. Hier ist das, was Bryson DeChambeau hat nur ein kurzer Zeit gemacht. Hier ist ein tolles Schuss von unserem Spieler in der zweiten. Das ist wie du es machst, sieben Tage pro Woche. Das heißt, wir sollten jetzt hier über die Schaffung schaffen. Das wird aber auch schwierig, weil ich sie von hier noch nicht einmal die vorne. Neh, gar nichts, gar nicht dran zu denken, dass wir hier aufs Grün kommen. Da müssen wir jetzt schon hier von dort den Lucky Punch setzen. Und hier sind wir mit dem dritten Schuss. Oh, das Schuss. Hier nicht nur am Lucky Punch, sondern nach dem ziemlich Mistass. Und damit kommen wir dann am bestenfalls aufbauen. Aber immerhin, unser Konkurrent war auch nicht besser. Und der ist immerhin noch hinter uns. Hier werden wir mit Gegenwind wahrscheinlich auch nicht recht viel holen. Aber solange auf dem Fairway bleibt, soll uns das recht sein. Und der könnte sich jetzt auch mal einen Fehler erlauben. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie eine Chance aufs Grün haben. Schaut aber irgendwie eher schlecht aus, ne? Schaut aber irgendwie eher schlecht aus, ne? Und dann müssen wir halt mal wieder unseren Magic Stick auspacken. Und hier irgendwie ein paar schaffen. Und hier irgendwie ein paar schaffen. Puh, damit kann man leben. Puh, damit kann man leben. Ein paar drei. Mit Gegenwind. Heißt Dreierholz. Und wir riskieren es jetzt einfach mal. Ja, eigentlich hätte der Mensch da genug sein sollen. Ja, eigentlich hätte der Mensch da genug sein sollen. Und wenn wir das jetzt bis zum Ende durchhalten, dann sind wir doch mit der ersten Haltung der schon ziemlich gut bedient. Teeing off here on the 16th hole. Wow, that was just striped. Und da war. We'll be back in some great action out on the course. Let's take a look at this highlight from another person's play. Bryson DeChambeau with a fantastic shot. Could you do this? Well, that was an absolute beauty, Rich. This shot coming from around 220 yards. Wind blowing right to left here, and they're going to go ahead and ride the one in here. schauen wir mal wo wir da hinkommen ja aber so meint hätte ich nicht gedacht aber alles ist besser ans wasser ok da müssen wir jetzt schon noch ein gutes stück nach links halten das war dann schon das zweite noch zwei zu gehen wenigstens noch ein birdie und wir hätten safe den zweiten platz der line here you should find the fairway luke unfortunately that got a horrible kick ended up in the rough das sieht zumindest aus der fairway das ist der bericht aber ziemlich weg mich arsch da ist einfach zu viel bewegung wir haben noch eins einen haben wir noch und 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 der hat hier sein paar geschafft das heißt wenn wir ihn gleich ziehen wollen brauchen wir einen birdie schluss und dazu brauchen wir jetzt dann aber einen sauberen dritten schlag schau mal was mal rausholen können aus der entfernung sieht es mir immer nicht so schlecht aus 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 Das tut tatsächlich weh. Na gut, dann bleiben wir hier bei Minus 4 stehen. Nach der ersten Runde. Ich denke wir haben eine gute Vorsitzung geschaffen und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.